Hallo, da sind wir wieder. Ja, ich habe euch versprochen, wir machen dort weiter, wo wir letztens aufgehört haben. Okay, ganz so konnte ich es nicht nachvollziehen, die Situation oder nachstellen, die Situation. Wir werden einfach mal hier nochmal angreifen. Ich habe aber Bauhof und Kaserne zerstören können. Also da liegt kein Problem mehr auf gegnerischer Seite. Das ist auch noch ein Gegner, der Techniker. Hier sehe ich gerade mal. Wir könnten mal versuchen, die Aufmerksamkeit jeglicher Leute, die noch irgendwo rumschwören, auf uns zu ziehen. Mithilfe Einheit verloren. Ach so, verstehe. Na gut, dann ist das, was wir hier. Dann warten wir noch einen kleinen Moment. I hate it so much. Dann warten wir noch einen kleinen Moment, bis die Gegner wieder da sind. Dann könnten wir es nochmal pumpieren, also bis der kleine Sammler wieder am Werk ist. Okay, die greifen uns so schon an. Dann, äh, macht Muß aus den kleinen, wenn es geht. Und wenn nicht, dann eben... Oha. Dann fährt sie zu Tode. Ja. Warum nicht? Macht doch auch Spaß. Dann fährt sie zu Tode. Ja, schade. Findest du blöd immer. Wir bauen mal einen Flammenpanzer. Diese Menschen, die die ganze Zeit überrollt werden müssen, weil die Panzer ja kaum Schaden gegenüber dem machen. Das nervt mich. Gut. Ach, da ist der Techniker noch. Hier, ihr sollt eigentlich dieses Gebäude zerstören. So, Techniker wohl auch überrollt. Jetzt hoffe ich, dass ich dadurch keine Flugzeuge mehr angreifen will, weil das zerstört erstmal. Habe ich jetzt einen Flammenpanzer gebaut? Nein, habe ich nicht. Äh. Dann werde ich mal gleich mal hier. So. Überrollkommando. Der eine hat geklappt, der andere, ähm, nicht so. So, okay, den haben wir aber so niedergemacht. Und wir werden mal das gewöhnliche Gebäude hier zerstören in Form der Waffenfabrik. Ich weiß gar nicht. Was schießt denn gerade jetzt auf uns? Ich weiß nicht, dass irgendwas gerade auf uns schießt. Ich sehe auch der hier wird eingegriffen, aber ich sehe kein Fahrzeug, welches auf uns schießt. Ah. So. Ja, habt Spaß. Ich weiß ja nicht, auf wen ihr alle töten wollt, aber... Wir sollten mal vielleicht ein bisschen zurückziehen, sonst kriegen wir die eigenen Einheiten Schaden. So. Hier, ihr könnt auch mal gerne mit reinkommen und ein bisschen angreifen. Damit wir die Mission endlich mal zu Ende haben. So. Und dann hier noch dieses kleine Heliport. Den wir ja schön ausgetrickst haben. Den... Was war das natürlich? Äh, Orca. Jetzt greifen die auch an. Hey, jetzt greifen sie die auch an. Sollten sie doch gar nicht. Ein Flammenpanzer wird einfach nicht produziert. Na gut, dann wird zu ihm keiner produziert. Ach doch, da ist einer. Mal, komm mal an. Und so. Ah, der ist ein Süßhasser. Hierher. Die Steuerung ist schrecklich. Ein Techniker kam nur hier raus. Okay, erreicht. Sehr schön. Ich hoffe, jetzt schützt sie nicht schon wieder ab. Nein. Sieht gut aus. Obelisk wird aufgeladen. Dudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud nul prozent habe das ist natürlich schlecht so wie fast zwei stunden gebraucht die mission ist ja krass und auf geht's zur mission nummer 12 wenn ich es so richtig gelesen haben so nordfort schritte die die eiferschritte okay dann hier nach buzana bevölkerung 1,3 millionen der ich kein zwei prozent barona ist die hauptstadt parlamentarische republik die regierung ist korrupt zu zwölf prozent 3,1 milliarden us-dollar krisengebiet ist ganz und stärke lächerlich militärische widerständigkeit widerstand 92 prozent 92 es steckt viel wahrheit in dem sprichwort wissen ist macht wie du zweifellos weißt hat die gti mit der feld erprobung ihres ionenwerfers begonnen trotz deines erfolgs neulich unglücklich gelaufen aber es eröffnet auch interessante denkansätze in dieser kommunikationszentrale sind die sicherheitscodes gespeichert für den zugriff auf diese waffe es ist überlebenswichtig dass die bruderschaft diese kurz bekommt sofort du was die zentrale stürmen und uns die kurz aus den datenbanken übermitteln sei standhaft lass dich nicht beirren egal wie hoch der preis ist mal gucken wie soll also das kommunikation oder den ionen kommunikationszentrum einnehmen um damit das sieht nicht gut aus wie die gti ja was schiehst du denn aus guckst du nach nachbarin ja das hast du davon deswegen dem ist mal oberen den klänen und mal schauen wie wir das am besten anrichten nicht einrichten oder doch naja wir bekommen mobiles baufahrzeug können wir hier ein bisschen vorfahren wir haben die lot mods dabei die kundschaft sehr von mythen ist und auch sehr wichtig ist und wir gucken mal nach einer möglichkeit das gefällt mir doch schon wieder überhaupt nicht hier erst mal diesen lang lang pass scheinbar unbewacht ist oder auch doch nicht so hier ist anscheinend nichts wir können natürlich erst mal speichern bevor ich dann aus versehen ja den schwachsinn mache dass ich das alte wieder lade und dann klappt es dann doch nicht gehen weiter könnt ihr erst mal hierhin fahren hier scheinste erst mal müssen wir ja anscheinend hin andere möglichkeit haben wir ja nicht wir gucken mal weiter hier runter ahahaha ihr könnt mir doch nicht sagen dass ich hier die brücke von zwei mummuts stürmen soll das ist doch schwachsinnig na gut wir versuchen nochmal hier lang ich weiß nicht wie soll ich denn zwei mummuts bitte hier killen brecher auf brecher auf brecher auf bei mir ein baufahrzeug ist hier irgendwo tiberium brecher auf brecher auf brecher auf so hier oben bestimmt nicht oder Ich könnte mir nicht sagen, dass wir... Ach nein... Bestimmt soll man hier eigentlich eine Basis bauen und schon anfangen zu bauen und dann die Gegner anreifen. Ähm, zwei Mammuts, klar. Die natürlich an ihrer Stelle bleiben und nicht folgen. Oder wir können es mal probieren. Nein, die bleiben an ihrer Stelle. Gut, wir probieren es einfach mal. Oh, die haben es anscheinend auf unserem Baufahrzeug abgesehen. Und die bleiben stehen, hey. Sehr schön. Weil sie eben das Baufahrzeug kaputt machen wollen, aber nicht gerade durchkommen. So, Angriff. Und wir hoffen, dass es so auch bleibt. Das wäre natürlich cool. Ähm. So. Ich speicher mal. Äh. Speicher. Nicht lang. So. Spiel gespeichert. Weiter geht's. Äh. Keine Verluste. Sehr schön. Zwar ist Noten noch so gut wie zerstört, aber... Bestätigt. Bestätigt. Da kann man doch zum Glück sagen, dass die gegnerische KI noch nicht so ausgeprägt war in dem Moment. Ähm. Recher auf. Klar. In Ordnung. Recher auf. Wir sehen ein riesenfreies Feld, wo nichts ist. Ha ha ha. Ähm. Vielleicht hätten wir da lang fahren sollen. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Können wir mal kurz die Baggies hier runter gehen. Recher auf. Recher auf. Recher auf. Hm. Bestätigt. Hier können wir auf jeden Fall hoch fahren, aber es ist Sinn und Zweck die ganze Sache denk ich mal. Und hier kommt bestimmt kein Baufahrzeug durch. Können wir hier lang? Ach du nein. Recher auf. Bestätigt. Recher auf. Recher auf. Bestätigt. Komm. Zerstört den Kleid. Jawohl. Bestätigt. So. Jetzt müssen wir doch irgendwas finden. Okay der wird... Ah. Wir haben Tiberium gefunden. Scheint aber nicht wirklich viel zu sein. Davon abgesehen. Aber bei wenigstens etwas. Na mh. Hm. Das geht. In Ordnung. Von den ersten Vorposten könnten wir ja schon mal vor Ort sein. Wir schieben mal unsere ganzen Leute drüber Und du kannst zum Beispiel hier den kleinen Schützen erledigen Und der Rest kommt auch mit rüber Sehr schön Mann, das ist ja hier ohne Verluste Deluxe, was wir hier für ein Spielchen treiben Ich kann auch mal versuchen, ob ich mit Notman doch noch irgendwas erkundigen kann In Form von, ja, Ressourcen, die ja sonst hier eher wenig folgen sind Okay, wie lange? Hier ist ein Fluss, hier ist noch mehr Tiberium Aber auch nur ne kleine Pflanze wieder Und hier ist das Kartenende Ich hab die dumpfe Befürchtung, dass wir auch relativ bald angegriffen werden Und darauf hab ich auch keine Lust Wir wollen sowas zum Beispiel Haha, bis der bei uns ist Wenn wir da zwischenzeit schon längst eine Basis aufgebaut haben Mit genug Verteidigung Gut, jetzt kommt auch noch so einer Hm Da kommt auch noch einer Hier fährt vorbei Gefällt mir ja gar nicht Sogar sagen wir mal Mission laden Und Wir werden gleich den Gunst Oder die Gunst dafür entscheiden Dass wir einfach hier von der Geschwindigkeit her schnell Rübergekommen sind Und auch wenig Verluste haben Wahrscheinlich hätte man sonst bei dem Ich weiß gar nicht Hätte man das überhaupt geschafft Zwei Mammuts mit dieser kleinen Mit dieser kleinen Armee zu Besiegen Ich kann mich nur noch mal bedanken Für die schlechte KI, die jetzt momentan gewesen war So, und jetzt bauen wir mal auf Sehr schön Neue Bauoption Neue Bauoption Kraftwerk Bennett Raffnerie So, wir werden natürlich versuchen so schnell wie möglich Den Nobelisten zu bauen Auch wenn wir natürlich sehr viel Strom dafür auch brauchen Das ist natürlich super Das ist natürlich super Und trotzdem haben wir nur noch auch nicht viele So Mal gucken Ich werde mal hier Ein Großkraftwerk bauen Obwohl ich weiß gar nicht Ist die sogar zwei Kraftwerke effektiver als ein Großkraftwerk? Hm Du gehst natürlich immer weiter nach hinten Du gehst natürlich immer weiter nach hinten Das ist schwachsinnig Was du da machst So Wir werden Noch eine Raffnerie bauen Damit wir einen zweiten Sammler haben Schneller produzieren können Abbauen können Gute Frage, was wir dann brauchen Ich werde mal hier Damit wir ein bisschen Schutz vor diesen Flugzeuge sind Falls die hier kommen Dann werde ich die mal hier Ein bisschen weiter nach hinten deponieren So Unsere zweite Raffnerie Verkauf ich die nochmal Na ja so viel bringen tut es mir leider nicht Ich werde Funk und Radar Äh ne Funk und Radar bauen Jawohl Das ist schwachsinnig Dass sie immer weiter nach oben fährt Mein Gott Wie kann man nur so mies drauf sein Na gut, wir nächsten bis morgen Ich jetzt nochmal ressourcen Das ist ja Hauptsache Und ich würde sagen, wir machen hier eine kleine Pause Und sehen das beim nächsten Mal Bis dahin, euch noch einen schönen Tag Ciao